Ja, liebe Zuschauer, heute am Burgweinfest 2019 hat natürlich jeder die Möglichkeit, sich hier in unserem speziellen Zelt zu verewigen. So eine Art Photoshop-Video. Wir senden unsere Videos raus in die Welt und lasst euch mal überraschen, was da jetzt auf euch zukommt. Ich sag's euch, das wird super. Auf geht's! Ja, hallo, ich grüße euch alle. Ich bin hier in Gössenheim auf dem super schönen Weinfest auf der Homburg. Eine tolle Kulisse hier, super Musik. Und ich grüße alle Leute und lade euch ein. Morgen ist noch mal den ganzen Tag fest und am Freitagabend auch noch mal. Kommt doch alle mal vorbei und schaut euch unser Weinfest an. Ich bin zwar englisch an, aber Gössenheim grüßt den Rest der beschissenen Welt. Ja, Gössenheim grüßt den Rest der Welt. Viele grüße nach Gemünden. Guck mal, die da hinten können es auch gar nicht abwarten, dass sie endlich dran kommen. Also es ist echt cool, dein Gössen, oder? Ja, echt. Wird schlecht. Zum Glück ist der Dom heute mal nicht dabei, dass wir zwei Mädels im Allee unterwegs sind. Genau, der muss ja auf die Lorenzi-Mess, gell? Ja. Das ist so ein Lennach-Gössen, gell? Ja, da ist er gut aufgehoben. Das ist schon gut so. Da haben wir auch mal richtig unan Spaß und können uns wieder mal austoben, uns Mädels. Und der Rotling vom Hack ist ja nicht schlecht, oder? Der ist perfekt, ja. Der kann man gut trinken. Genau. Der schmeckt wirklich gut. Echt. Super. Geile Stimmung. Also, wir haben hier heute eine Besonderheit auf dem Homburger Weinfest 2019. Zu meiner Linken, die Alex, hat heute einen Heiratsantrag bekommen, hat sie über die MeinPost erfahren, über WhatsApp beantwortet, hat natürlich Ja gesagt, freut uns alle. Hier mal eine Welle. Und von unserer ganzen Jungzellen-Verabschieden-Gesellschaft einen herzlichen Gruß vom Gösneimer Weinfest an die ganze Welt. Genomt, ein Hui Welle, noch Pol, noch Bach, noch Nitzhause und all Welle. Ja, viele Grüße, hei vom Bäuschweinfest, 22. des Jahr, ja, ich sei eigentlich froh, dass ich auch hei drüber grüße darf, und wir sehen uns dann nächstes Jahr, wenn wir wieder am Wochenende unser Fest haben, da eben freilich Sonnabend und sonnig ist, ja, bis dann, tschüss. So, hallo, guten Abend, viele Grüße, schöne Grüße vom Gösneimer Weinfest, an alle Gösneimer, ans Umland und natürlich an die tollsten Fans Deutschlands, an die Clubfans. Hallo, wir sind die Band Overdrive, hier in Gösneimer, auf dem Burgweinfest und jetzt bei Godzeles, Godzeles TV, live on stage, on air. Ich hoffe, ihr habt Spaß und kommt alle, die hier noch daheim rumhockt, hierher, weil auf der Burg hier, popt der Bär. Und für alle, die es nicht mal schaffen, hoffen wir natürlich bald mal wieder auf einem Overdrive-Konzert zu sehen. Ja, vergesst uns nicht, kommt vorbei, wir freuen uns. Dankeschön und tschau tschau. Rock'n'Roll! Servus beim Weinfest 2019, ich bin natürlich auch hier und freue mich, wirklich hier zu sein. Natürlich, das ist der einzige Tag, wo ich leider hier sein kann, weil ich leider Zelllager habe, aber ich freue mich, damit ich da sein kann. Und ja, man hat mich vielleicht schon gesehen in der einen Folge, wo wir mit dem Club, wo wir zum Club gefahren sind, gegen Augsburg, es war wirklich schön oben beim Club, haben 3 zu 0 gewonnen, noch in der ersten Liga und ja, jetzt zweite Liga, Powerplay, auf geht's Jungs! Ja, das war's von mir. Hallo Freunde, wir grüßen hier vom Gösneimer Weinfest. Die Steinbacher grüßen alle Steinbacher und es ist immer wieder schön, hier auf dem Weinfest zu sein und macht uns riesig Spaß. Vielen Dank und... Also, viele Grüße von dem Gösneimer Weinfest, wir sind hier auf der Homburg, es macht unwahrscheinlich viel Spaß, Overdrive spielt und ich bin hier mit meinem kleinen Enkel Leo. Hallo, wir sind wieder hier, wieder zum Weinfest, es ist heute ein schöner Tag und wenn heute noch viele Leute kommen, dann gibt's auch noch viel mehr Spaß wie sonst. Super, war's das? Ja. Okay, dankeschön, tschüss! Ja, hallo, willkommen hier auf dem Gösneimer Weinfest, auf der Homburg. Es war total klasse, die Musik ist saugeil mit Overdrive und es grüßen euch der Noah, die Moni, der Helmut und die Manu. Macht's gut, tschüss! Ja, schöne Grüße vom Gösneimer Weinfest, ich find's hier echt super. Wir sind zwar noch recht jung, aber vor zwei Jahren waren wir das erste Mal hier, wir sind echt begeistert, Band Overdrive macht hier ordentlich, Stimmung, ist echt super, also, man kann sich nicht beschweren, tolles Essen, tolle Leute, tolles Essen, ich bin begeistert davon, ich würde jedes Jahr wiederkommen, ist echt super hier. Ich find's toll, hier mal ein bisschen davon erzählen zu können und ja, es ist einfach, es ist Heimat, es macht Spaß, die Leute sind da, die Stimmung ist da, alles super. Man kann sich nicht beschweren, also, es gibt leidlich Bier, also, jeder mag Bier, es kann sich keiner beschweren, Wein gibt's auch, es ist ja ein Weinfest, also, ich will weiter reichen zum Linus, oder? Ja, ich find's toll, vielen Dank. Ja, hallo, schöne Grüße vom Gösneimer Burgweinfest, wir sind aus Burg Grumbach, haben auch ein Burgfest und wollten einfach mal schauen, wie es hier läuft, wir finden es klasse hier, schöne Atmosphäre, tolle Musik, klasse Leute, wir laden alle gerne an, nächstes Jahr nach Gösneimer, aber ihr könnt auch zu uns nach Burg Grumbach kommen, im 18. Juli 2020 haben wir auch ein Burgfest. Tschüss! 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 Ja, Servus, hier geile Feier, Burgweinfest Gösneimer, ich bin am Start, ich bin der Luca, Achtung, ich bin der Lorenz, hallo. Ich bin der Saum, hallo. Jo, ich bin der Kevin und meine Gang ist auch am Start. Hallo, ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Megageil hier, wir sind alle nüchtern und ist echt geil hier, kommt mal vorbei. Abonniert mich auf YouTube und Instagram. Morgen trinken wir. Beste Leben, Junge! Servus! Ich bin hier auf dem Burgweinfest und ein wunderschön geiler Abend hier, lauter Superfrauen, muss ich echt sagen, Superfrauen und Männer natürlich auch. Das ist ja ganz klar. Junge Männer vor allem. Oh, ich weiß nicht, wer ist mal 50. Und wir grüßen alle, die jetzt gerade leider in Italien im Urlaub sein müssen. Ja, aber... Die nicht bei uns sind und für die müssen wir jetzt alles mittrinken. Ja, ich habe auch so ein Zwei-Bier getrunken und ich bin auch so ein bisschen getrunken. Nein! Ja, ich auch, ich habe auch schon viel getrunken. Ja, und Obertreibspiel hier und eine Superband, eine wirklich super, super, super Band. Und wir wollen auch nicht daran, dass es einen Superkuchen in der Kaffeebar gibt. Genau. Oh, da war ich noch gar nicht. Es gibt's morgen, morgen müssen wir da alle kommen. Nein, morgen habe ich keine Zeit, morgen bin ich, äh, morgen habe ich keine Zeit. Aber wie gesagt, es gibt einen Superkuchen in der Kaffeebar. Also viele Superkuchen. Und vor allem auch Kaffee. In der Kaffeebar gibt's Kaffee? Nein! Das ist ja wirklich der Wahnsinn! Ja, ja, in der Boxkuhlbar. Und da gibt es gar leckenweil. So, hallo? Und, ein, das, was? Urzweinfest 2019. Ja, in Görse. In Görse, du musst näher Handeln. Gösse. Gösseheim. 2019. Ja. Das ist super, Lara, mit super Stimmung und viele Freunde hier. Stimmt's? Ja. Hey! Super! Okay. Ja, und noch ein Servus und Hallo an alle Freunde im Ostenland. Es ist schade, dass ihr dieses Jahr nicht da seid. Aber deswegen freuen wir uns auch schon auf nächstes Jahr. Das 23. Das haben wir dann eben am Wochenende. Das geht dann eben auch wieder 14., 15., 16. August. Und, ja, da freuen wir uns auf schon viele, viele Bekannte und nette Gesichter aus Ostenland. Aber jetzt erstmal einen schönen Gruß nach Ostenland. Ja, wir vermissen euch. Es ist einfach so. Hallo, wir sind hier in Görsenheim auf dem Burgweinfest und hier boxt der Babs. Und wir gehen jetzt dann nachher alle wieder in die Boxbeutelbar, gell Mädels? Ja! Hallo und willkommen! Und? Und? Bei Gotzelest TV. Das Fichtelgebirge grüßt vom Burgweinfest in Görsenheim. Juhu! Ja, wir sind die Karte eingegangen unterer Bachgrund. Jo! Oh, hat einen gefunden, ja! Oh, der 300er! Malzeit, ey! Ja! Wie lange noch? Hallo! Hallo, hier ist der Noah. Wir sind auf Göschenheimer Weinfest und es ist sehr gut. Und das ist die? Ich bin die Kim. Ja, ich bin super! 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 Hallo, ich bin der Fridolin. Ich bin der Fred. Nein, du bist so der Fridolin. Ich bin 35 Jahre Elektroingenieur ohne Ingenieur. und ich frage mich immer noch, ob ich drei oder vier Belsche Eis essen darf. Was? 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 Das ist ein Badesalzwitz, ihr kennt's wieder nicht. Baba! Da bin ich drei oder vier... Wie alt bist du? Drei oder vier Belsche Eis. Was? Was? Also... Wie viel Belsche Eis... Ach, wie viel Becher! Aha! Mein Junge, du kannst so viel Belsche Eis essen, wie du willst. Ja! Hallo, meine lieben Freunde! Wir grüßen euch ganz herzlich von Gössenheim von der Homburg. Super Stimmung! Super! GötzelesTV for all! Wir grüßen... ...die Familie Heil... ...und die Familie Manke... ...und alle unsere Freunde... ...und die Familie Christ natürlich, insbesondere die liebe kleine Elsa. Und wir danken der Gemeinde Gössenheim für dieses super tolle Fest! Ja, den FC Gössenheim eher! Den FC Gössenheim! Tschüss! Schöne Grüße von den Seifritzburger Mädels! Wir feiern jedes Jahr das Hamburger Weinfest! Hello! Göse ist super, da komme ich also mal ganz gern her. Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei GonzalesTV! GottselesTV, ist das richtig? Wir sind die Band 3 for fun! Wir spielen heute Abend auf dem Gössenheimer Burgweinfest! Und sind da total begeistert bisher! Die Leute sind gut drauf, wir sind gut drauf, alle sind gut drauf! Haben jede Menge Spaß! Ich hoffe ihr auch! Los geht's! DLK Vellen grüßt den FC Gössenheim zu seinem... Wie viele Jahre sind sie jetzt? 32, ne? Das ganze Jahr 32 gegründet! 22! 22-jähriges Jubiläum jetzt hier oben! An der Burgruine Hamburg! Viel Spaß noch und viel Glück auch im nächsten Jahr mit dem Wetter! Ich denke, es ist ganz gut gelaufen, so wie es aussieht! Hello! Wir begrüßen unsere Bachstelle! Ja, unsere Bach-Kollegen! Ja! Also, ich grüße euch alle vom Gössenheimer Weinfest! Wir haben hier eine super Stimmung, tolle Musik, super Weine! Es ist wunderschön hier! Ja, liebe Besucher, auch hier! Wir wollen liebe Grüße hier vom Burgweinfest senden! Wir danken nochmal allen Helfern, hätte ich gesagt! Und grüßen auf diesem Weg auch nochmal die U7 vom FC Gössenheim, dass es nächstes Jahr ein bisschen besser klappt! Oder Franzi, was meinst du? Ja! Und du kommst auch nächstes Jahr in eine neue Schule, freust du dich schon? Ja! Sehr schön! Also, liebe Grüße an alle Burgweinfest-Besucher! Ciao! Tschüss! Im Namen der Gemeinde Gössenheim grüße ich die ganze Welt vom Burgweinfest, allzeit bekannt, schon seit 22 Jahren! Wer nicht da war, hat etwas versäumt! Im nächsten Jahr nehme ich an, dass ihr dann alle kommt! Ein wunderbares Fest, ein Ambiente, ein Flair, eine prima Brotzeit, ein klassen Shoppen! Besser kann es gar nicht sein! Danke! Wir müssen mal planen! Machen wir langsam! Die alten Herren, die alten Herren, Fußballer aus Gössenheim, freuen sich sehr, hier auf dem Montburgfest zu sein in Gössenheim! Ist ein Traum! Und wir grüßen alle Fußballbegeisterten in der ganzen Welt! Wie immer haben wir natürlich ein überragendes Fest! Tolle Musik, tolle Stimmung und einen super Kameramann! In diesem traumhaften Ambiente ein Weinfest miterleben zu dürfen, ist einfach nur ein Traum! Dafür sind wir, die Jungs der alten Herren, sehr, sehr dankbar! Grüße an den Rest der Welt! Und jetzt löst du den Schwann wieder! So, willkommen meine Damen und Herren hier bei GottschelesTV hier auf YouTube! Live durchgeschalten aus Gössenheim hier! Meine Freunde du, wir machen heute ein Interview der ganz besonderen Art! Und ich habe hier gleich meinen ersten Partner zu meiner Rechten hier! Der hat eine Haarbracht! Da werden manche Leute neidisch, sag ich mal! Das kriegen wir heute auch hin! Also, auf geht's! Hier, der Albert, was ist da los? Ja, erstmal guten Abend, Leute! Ich bin der Albert aus Auße! Und ich bin der Uwe und ich bin auch dabei! Und ich gebe das Mikrofon gleich mal weiter! An meinen netten Bruder, der lärmert jetzt, sag mal was! Hallo, ich bin einfach nur zum Trinken hier! Mir geht's gut! Also, ich bin der Hannes, ich bin auch dabei! Ich habe Spaß hier! Ist ein gutes Weinfest, ist gut besucht! Und ich habe gute Haarbracht! Und ich bin glücklich! Und wisst ihr, was ganz wichtig ist? Das ist keine Perücke, was wir hier sehen! Das sind die echten Haare vom Hannes! Das sind die echten Haare vom Hannes! Und ich sage euch eins! Die Haare sind länger als für manchen sein Führungszeugnis! Also, von daher! Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit! Und sagen natürlich Servus! Und euch noch einen schönen Tag und einen schönen Abend! Servus! Also, schönen Grüßen vom Göstenheimer Weinfest! Prost! Ja! Schöne Grüße an Scottslust.tv! Schöner Gassenheimer Weinfest! Schöner Gassenheimer Weinfest! Schöner Gassenheimer Weinfest! Schöner Gassenheimer Weinfest! Prost aufs Weinfest! Hallo ihr Lieben, wir sind hier auf dem Gossenheimer Burgweinfest. Eine super Stimmung, alles passt, gutes Ambiente. Wir wollen herzliche Grüße zu euch allen, egal wer uns zuschaut. Schönen Abend noch. Wir haben ihn sicher. Euch auch noch einen schönen Abend.